hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von world of tanks world of tanks oh top tier alles klar da mache ich gleich wieder acht kills neun kills 20.000 kills ich habe im schluss null kills weiß ich wieso ich mache 15 gegnerische kills um 15 von 14 von uns dann habe ich ein kill alles klar als erstes ja das heißt ja da können doch ein paar kills rauskommen ja ein paar kills können für mich da rauskommt ja für dich team kills leider aber für mich geht es ja machen wir machen wir ich habe ich mache ab weil ich habe bessere schuss wie im italien boah scheiße mann das in der mitte das goldmation die bringt nix doch die bringt viel die hat sehr viel durchschlag man aber du hast ja wahrscheinlich keine doch ne habe ich nicht du kannst es einstellen und dann mit geld also 20.000 kostet dann eine pro tonne oder 1000 20.000 ist bei feuerlösch und so das musst du dir auch ein machen reparatur katzien ihr auch kitz da und feuerlöscher d was hast du jetzt drin goldmoney ne ne ap weil ich habe eine 6er kanone drauf du hast die vier ap ist das erste ne oder ap ist das rote ähm gold ist das schwarze in der mitte ja und h ist das richtige das orange das habe ich drin damit mache ich am meisten schaden aber am wenigsten durchschlag okay excelsior den hatte ich auch mal der ist schwul ne der ist geil aber ich habe ich verkauft weil ich geld brauchte um trautig trautig das ich habe das ja du musst nicht he rein machen du musst ab jetzt auch nicht du hast es aber drin jetzt nicht mehr und das ist vielleicht nicht mehr ich weiß aber der mensch macht ab und zu mal viel ne echt wow er schießt ein amerikan und daneben komm zu mir komm zu mir nach vorne ich habe viel mehr leben wie du besserer turm und so ha 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 popa dann je blablabla 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 ohlabla hihihi bifu die schrauben rum ja d l da du links musst du scheiß artig rille wichser excelsior Ich drehe zu lahm Was willst du mit deinem scheiß japaner? Nee, abgeprallt Komm den vk Ja, der scheiß japaner da blockt mich Scheiß japaner Komm, hol den dir Na, komm Oh Ich brauch zu lang zum nachladen Ah, Hilfe Cruiser, irgendwas Ja, jetzt hab ich mal erst nachgeladen Alter, schon zwei Kilo Ah, man, oh man, oh man, oh man Steh vor mich Steh vor, oh Ja, du hast viel, viel, viel mehr wie ich, man Oh Bisschen mehr schon Nicht nur ein bisschen Komm, Vollgas Skoda T24 auf der rechten Seite übrigens Ja, schon, aber da komme ich von hinten Kriege ich jetzt Oh Ja, gleich eins in den Arsch wollte ich grad sagen Echt jetzt Ja Ne Ne, bei mir, echt jetzt Oh Oh, hinten Esste immer was CT Buh 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 Ja, aber das wird glaube ich das letzte mal sein, dass eine abgeprallt ist Das war eine Artie, oder? Nee, BAMS Aber hier ist die Artie irgendwo, da ist sie Ja, da hinten die mit drunter Da hinten auch noch eine Naja, stimmt Die kannst du one-shotten Ja schon, oh verdammt Aber die macht die schneller one-shot Nee, hier hinten ist noch so'n scheiß S.A.A.C. Was auch immer, man Ich kann das nicht aussprechen Hilfe! Hilfe! Archer, geh vor! Du machst mehr Damage wie ich Hast du eine schlechtere Panzerung, aber trotzdem Du stirbst früher wie ich, man Der hat noch mehr Leben Oh ja Ich hab nur noch 100 Ah, scheiß Grille Arty Ich hätte nicht vorfahren sollen Warte mal, dich mit dem Archer zuschauen Dem Archer Dem Archer Dem Archer Dem Wichser Oh, wir haben auch nur noch zwei Arty's Ja Schau auch mal dem Archer Archer zu Archer Archer Genau Ne Schaust du auf den Rewee Lacka Ja Der ist so dumm, guck auf ihn Der ist so dumm Der ist so dumm Oh, wieso geht der zu So, ich scheiß mal auf ihn, Mann Was bist'n du Oh! Was bist'n du für'n Job anschiess? Oh, du Idiot! Ich versteh's nicht Der ist echt immer wie dumm Jetzt kriegt er gleich Ich versteh's nicht Ich versteh'n nicht Ich versteh'n nicht Wie kann man so verdammt dumm sein Wie ein Idiot, Mann Das ist ja schlimmer Wie wenn du 30 mit 900 Jahren noch W.O.T. spielst Mit drei vor drei Leute ist klar Wir sind noch zu zweit Oh, die HMC und Bison Eine Arty Und noch zwei Arty's Oh, ich find's immer so Ich find's immer so richtig spannend Ja Am Schluss Schau mal jetzt die Oh, Bam Wo bin ich eigentlich gestorben? Na da Jetzt eine Arty gegen alle Na, gegen die restlichen drei Boah, und das scheiß Teil braucht glaub' ich 50 Sekunden zum Nachlangen Aber der macht Hehehe Ne, glaub' ich 400 450 macht's nur Ja, okay, das wär' ja wenig Ja, mit HE Schellen Oh je Die hat er wahrscheinlich nicht Hehehe Doch, die ist Standort Ne, Mann Jetzt wird gecappt Hörst du's? Huuuuuu consulted Jetzt nie mehr Ohhh Und, tschüss Bye, bye Neiko Nein NEIN! Wie behindert! Oh Gott, ziel doch voll ein! Oh, wie blöd! Wie blöd muss man sein! Nein, Mann! Nein! Wie blöd muss man sein! Jetzt kommt er von hinten und macht ihn platt! Wie blöd muss man sein, Mann! Komm schon, dreht die um! Nee, kann er nicht! Und tschüss, bye-bye! Und bye! Wie behindert muss man sein, Mann! Hey, ich hab drei, ich hab am meisten Kills! Du hast gar keinen! So, gell? Ich hätte es auch drei machen sollen, dann hätte man Waffenbrüder bekommen! Oh, viele Erfahrungen! Oh, Wirkungsfeier und Duellant habe ich! Was nehmen wir jetzt? Wie viele Erfahrungen brauchst du noch? Oh je, zu viel! Jetzt könnte ich mal manchmal auch verkaufen! Ne, ja, das kannst! Und geh mal beim KV1 auf erforschen! Wart, verkaufen, äh, entlassen! Oh, warum muss man nicht den Scheiß immer da? Acht, neun, Punkt, sieben, fünf, sieben! Verkaufen! Ja! Geh mal beim KV1! Forschung! Ne! Forschung! HV1! Wart mal kurz! Forschen! Klick mal da beim, äh, dem Motor! Hast du den Vierer, oder? Wart kurz! Den MT-17T Motor! Oh, warte mal kurz, warte mal kurz! Äh, erst muss ich in die Garage kommen! Ist die Garage? Ne, du musst da, du kannst ja auf den KV1 klicken! Nein, ich hab's schon! Motor! Ne, aber du musst es eben in die Garage schauen! Ja, ach ne! Ey, nicht in die Garage, auf der Forschung! Forschungsbaum! Nein! Doch, weil sonst weißt du nicht, bei welchem Panzer du, äh, nachher fährst! Du musst beim Forschungsbaum auf den KV1 drücken! Da siehst du ja verschiedene Gunstürme und so! Hab ich schon! Bist du da? Ja! Was für eine Gun hast du drauf? Was steht da unten? Klein bei der Gun drunter? Wo der Brei... Das ist ja... 70mm... I-Z-I-S-5! Okay, und beim Motor hast du den M-17T? Ja, genau! Kannst du den V-2K Motor erforschen? Nicht genug EP! Ähm... Benötigt 4000 und ein paar Zerdrückte! Und äh, kannst du die... den Turm erforschen? Welchen? Den KV1 CHTZ? Den zweiten? Benötigt 2000 irgendwas! Echt? Und ganz gleichfalls nicht! Und Kette? Äh, auch nicht! LOL! Verdammt! Du musst... Also wie viel brauchst du beim Motor noch? Ja! 4600! Okay, dann machen wir den Motor irgendwie erforschen! Äh, apropos, klick mal bei der Garage da! Klick mal auf Garage! Und ganz oben rechts, ganz oben rechts sind dann freie Erfahrungen! Klick mal da drauf! Wie viel hast du da? Steht ja Gesamt dann nachher! Ja! 27400! Steht Gesamt! Ja! Bei welchen Fahrzeugen? Äh... Mach mal kurz Pause bei der Aufnahme! Okay! Wir sehen uns gleich wieder! Ja! Ja! Da sind wir wieder! Wir haben jetzt noch relativ lang rumgemacht in WOT und ihr seht was ich hier hab! Einen neuen Panzer! Und so! KV1S! Hat er jetzt! Ja! Und da oben ein bisschen Gold! Ja! Und mehr Geld! Also jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr! Ne! 216 und ein paar zerdrückte! 1000! Oder nur... 216.000! Okay! Was? 216.152! Ja! Dann ist gut! Jo! Wie viel Gold hast du noch? Äh... 1414! Okay! Das geht! Gut! Dann mach mal auf! Da fährt er das erste Mal mit seinem KV1S! Ja! Schneller! Das weiß ich! Oh ja! Wo der KV1S noch ein sechster war! Das war so richtig geil, man! Blinkspanzer! Ist in 5 Uhr geworden! Keine Ahnung warum! Ich hatte den von Anfang an, weil er früher war ja 16 und dann kam der neue KV85, den hatte ich den KV85 und den KV1S! Also einfach zwei Panzer, sozusagen einen geschenkt! Das war geil! Das war geil! Hatte ich ein bisschen Geld! Übrig nachher! Ja! Geld hat man in BOT nicht gerade viel! Ja! Und vor allem nicht Erfahrungen! Also... Ich hatte so viel freie Erfahrungen! Darum habe ich jetzt mal ein bisschen Gold geholt! Damit hattest du... Also... Ich hatte... 17... Ne! Warte mal! Warte mal! 317.000 freie Erfahrungen hatte ich! Und die habe ich alle umgewandelt! Und habe mir den 9er geholt! Also bis zum 9er... Also so erforscht! Von den... Äh... Zu 100... Zu 152 habe ich... Äh... Und dann den... Äh... Neuner! Die... Das Object 704 heißt es glaube ich ja! Was ist eigentlich am KV 1S besser wie am KV 1? Mehr Panzerung... Mehr Panzerung... Mehr Panzerung... Bounced... Bounced besser... Oh du hast viel mehr Panzerung... Ne! Doch! 20! Egal! Bei dir er bounced mehr, hast du eine bessere Gun, bist schneller... Allgemein der Panzer ist viel besser! Finde ich jetzt! Persönlich! Freude ich schon mal auf den KV 85 auf den 16! Jetzt hast du bald ein 16 man! Haha! Du hast innerhalb von 3 Jahren ein 4er Panzer gehabt und jetzt innerhalb von 2 Tagen hast 2 Tieren erspielt! Jaja! Wenn man die ganzen 3 Erfahrungen umsetzt! Ja das sollte ich auch mal machen! Ne jetzt habe ich keine mehr! Weil da haben nämlich viele mit unserem Premium Tanks! Ja! Also ich habe ja auch noch viele! Zum Beispiel die IS 7 und so! Und die IS 3 und so! Die haben ja Elite-Status und da kommt alles freie Erfahrungen! Weil man kann ja nicht mehr weiter erforschen! Und dann habe ich überall so freie Erfahrungen gehabt! War auch richtig geil! Alter du bist 50.000 mal schneller wie ich! Schieb mich an! Ne so viel schneller bin ich ja auch nicht mit meinem Schrottmotor! Ja du hast ja noch nicht den besten drin oder? Ne! Den schlechtesten! Ja und ich den besten Mann! Und du bist 50.000 mal schneller wie ich! Naja am Berg ein bisschen! Aber ne guck du bist in etwa gleich schnell! Ne du stößt! Ah ne du stößt mich jetzt nicht an! Aber um die Kurve bis zu 70.000 mal schneller wie ich! Ja um die Kurven ist er deutlich schneller beim Einlenken! Hast du ja vorhin gemerkt mit dem KV1! Da hattest du drei Gefechte! Oh ja! 5 Sekunden nachladen für die schlechte Gang ist auch nicht schlecht! 6,13 mit der besten Gang Gang! Ich du! Und ich 496 mit der schlechten und schlechte Crew von dem her! Okay du hättest ja noch 50.000 Credits die bessere Crew kaufen können! Ja! Hätte man können! Komm! Mach den platt! Mach ihn platt! Boah! Wenn ihr mich blockt! Ja ne ne du musst einfach vorfahren! Oh scheiße! Komm! Fahr vor! Vorfahren! Vorfahren! Und jetzt warten! Achtung! Jetzt scheißen sie sich K.O. Fahr zurück! 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 Du hast fast kein Dings mehr! Fahr zurück! Fahr zurück! 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 Die machen dich platt! Zurück! Jo! So ist gut! Jetzt fahr ich nämlich auch! Dann kann der scheiß 6er VK da mal vorfahren! Achtung! Zurück! Stell dich ganz zurück! Die Hotsgang ist ja nicht so schnell! Stell dich ganz zurück! Scheiße! Schneller zurück! Ganz zurück hinter den Stein! Fahr! Fahr! Scheiße! Komm fahr! Du musst zurückfahren! Ich fahr kurz vor zum Kehren! Ich fahr kurz vor zum Kehren! Dankeschön! Bitte! Du warst zu faul zum Sprechen! So jetzt wieder zurückfahren! Kehr du und fahr zurück! Nicht rückwärtsgang du! Du vorwärtsgang! Zurückfahren! Dann werden wir mal kurz auf der Stelle! Weil bei mir geht es ein bisschen lange bis ich umgedreht bin! Darum lohnt sich das nicht! Bis dahin bin ich tot! Komm stoß mich an! ины! Ein bisschen zu benötigen! So! Lassen wir mal den V-Kader! Und hier lass uns mal in die V-Kader! mal gedreht verdammt vorweg vorweg die sind schneller wie wir vorweg nicht umdrehen vor da nach links nach links ich bin sowieso gleich tot ich werde es nicht schaffen vor der kv 85 ist nämlich schnell und jetzt ziel auf mich auf meine seite weil da kommt leider kv 85 und macht mich one shot er macht doch nicht aber du machst du ihn one shot du kannst ihn killen ich habe ihn weg gemacht so zum rück zum rück zum glück fertig das war gerade der letzte 1000 erfahrungen ja ja das geht 100 92 das geht auch okay 500 296 aha du hast mal auch mal zwei ja alles klar was nehmen wir jetzt ich habe noch bei allen mal zwei außer beim kv 1s nehmen wir mal wir waren 6 so dann hole ich meinen t34 480 der ist aha du willst auch davon ja da fahr ich wo ist es ist 3 ganz 10er nehmen ne ich fahr ist 3 ok das geht auch haben wir 8er denn krieg ich nämlich schön x2 bei allen noch den nachher noch panther m10 den habe ich nämlich alle doppelten erfahrungen eingesammelt das let's play wird heute vielleicht ein bisschen länger als minuten 50 um irgendwann mal in fünf sekunden und vielleicht also sehr wahrscheinlich zu 100 prozent wird das let's play ein bisschen länger gehen weil jetzt wollen wir ein bisschen credits als credits ja credits und erfahrungen fahren für livio weil der will unbedingt die j7 dafür muss man auch was machen geht nicht einfach so pop aus mann hacken kann man nicht weil wird es schwierig doch es geht aber den wir haben wir schneller gebannt als du gucken kannst vor nach rechts scheiß den 21 nach rechts du bist sehr langsam ja ich weiß du hast immer die langsamen tanks freut sich mal bist du die ist drei hast komfort geradeaus geradeaus ich stoße dich an ihr ist 3 ist auch nicht so schnell doch sie ist sehr schnell eigentlich so schwer also so schwer wie die ist schon mal schluss ich die ganze zeit dann wir sind zwölf schau mal meine kanone an ich habe jetzt gerade auf die seite geschaut und der schuss kam weiter oben aus raus als wenn die gar als sie gern hoch ist warum mal müsst ihr noch mal kurz schauen warum so jetzt habe ich nur noch 22 shells und 4 gold ich habe 20 5 gold und 4 ap he meinst du nach links nach links ja nach links abdrehen du musst nicht stehen bleiben da hat mein autopilot aus versehen ausgemacht autopilot t49 ja ja deshalb macht dich one shot bang man das sei mal 900 damage und 950 wenn es die hegan drauf hat oder es hat die andere darauf da macht glaube ich 270 oder 300 viel hat es mir nicht gemacht 110 jahr 90 und streifschuss ist ja praktisch nix ouch aber du hast eingesteckt ja zurück 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 wenn ich dich wenn du mit deinem hack an mich rankommt zurück 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 scheiße man wieso hat dieser scheiß wichser da mich so wer dingsel auch damit machen ich werde noch ein bisschen warten bis sie ein bisschen lowlifer sind ich wollte es auch ein bisschen weil ich habe richtig schön abgekriegt 14, der braucht einfach so lange zum nachladen ich war 12,47 genauso lange genau achtung t30 macht 900 damage und ich brauche mit meinem dienst mit meinem mit meiner jessin brauche ich glaube ich 13 oder 14 sekunden muss aufpassen wegen dem t30 der scheiß macht one shot also bei mir hast ja schon gesehen was er gemacht hat ja habe ich gehört du musst so wenig wie möglich zeigen wenn du mit einer kann der panzer sie ist nachher nicht oder gar nicht er musste zurückfahren sofort so ist von die ein bisschen vor jetzt musst du aber mehr auf links 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 mehr links von viel mehr links von weil sonst haben wir verkackt ort 30 ist da und perfekt es vor vorfahren daneben mir schneller scheiß die 29 wichser echt jetzt nur wegen diesen löchern habe ich damit abgekriegt ja ein bisschen bei 3 ich habe es eben nicht gesehen hier ist 3 ok pushen wir kommen jolo oh komm schon den will ich rammen und platt machen nein ich habe wen ich bin doch so behindert ich habe doch viel weniger tonnen video ich bin doch so behindert wieso kam ich den scheiße ja ich bin doch so behindert man volle kraft voraus ja bei dir aber ich habe ich habe noch ein bisschen ab hier auch perfekt ich wollte nämlich gerade was trinken holen nicht kackt sein aufzustehen ich mache keine produktwerbung 7-up ist gut kann man überall kaufen jetzt um zu haus schaden ohne ende ich würde nicht einfach grundlos in der gegend rum scheißen weil langsam werden die shells immer teurer je höher die stufe bei 10er panzer lassen das mal lieber wenn ich bei 10er panzer null schüsse abgebe und ich überlebe mit full life dann komme ich ins minus du musst der mensch machen mindestens 3000 sonst kommt sie ins minus ja und so wenig schüsse wie möglich abgeben und so wenig schüsse wie möglich abgeben holding kommt und die es wird auch nachher auch lustig nach dem kv 85 das war mein lieblings nein mein zweiter wieder schwierig zu holen die holen und ja was die holen uns niemals hallo die haben drei die noch leben wir haben seit drei vier fünf wir haben noch zehn die könnten aber mich holen nee die könnte ich niemals ohne es macht 400 390 damit kommt macht 120 ja die werden gerade im singen von uns und ich würde nicht den berg hochfahren aber das geht so lange jetzt kannst du vielleicht den comments treffen der andere schmier im weg den wir euch scheiße das team schaut vor und holt die es ist gleich ja wohl die es macht die plott der schinter die hinter die burg gut gedutscht t29 aber dann ja egal sein fahr runter fahr runter macht ich platt für das kostet geld so jetzt bin ich auf der brücke 17.000 fbs ein paar erfahrungen passt auch ein paar freier erfahrungen mehr ich 1200 2000 und 6 9 hast du das x2 gebraucht oder nicht ja was wie viel hast du 1000 und 690 06 19 sonst hättest du nämlich 500 irgendwas in dich hätte 600 mehr irgendwas ja fand da im 10 fährst du dann für ich auch vertreten hat doch auch ja dann habe ich auch dann eigentlich könnten wir mal eine vt folge machen die keine ahnung der rekord bei vt folgen habe ich mal nachgeschaut ist zwei drei stunden nur ja machen wir das machen wir halt bis um verdammt langsam wird das heißt hier drin locker 40 grad nebenher machen nachher noch vor ist ja vor ist man muss ich auch noch aber ich meine jetzt noch mal so so eine stunde wird bis du mal ein paar erfahrungen hast es doch so lange nicht mehr jetzt spiele ich noch mit dem fertig weil den habe ich nämlich alle x2 erfahrungen und nicht gut närmall wird dann machen wir noch noch mehr eine runde dass schon ein paar runden noch wir sind um das sofort tiver geschehen das passiert schwingte nordöndung und zurückgekommen obwohl dann falsch gefunden ja ich weiß und die normale krummel die ist auch krass von blb ist premium panzer bei mir geht die spur 30 kilometer zu spät nach jetzt nicht dass ich manchmal bei mir auch so keine ahnung warum nicht so schnell runter h 72 damit hast du gekriegt von dir beschädigt wir sind auch hier die es ist die es machen wir platt wo ist jetzt da hinten ist was ich zwei die können wir schrotten hier ist zwei kommen rechts nach rechts ouch scheiß t 34 100 holen wir die krummel krummel und die ihn prallt echt viel ab weg ist er t 43 konnten wir den wissen du da hinten er kriegt jetzt ein lauf der kriegt jetzt ein lauf ihren auslauf kv 85 scheiße das teil macht noch recht viel der mensch die haben sie nicht kürzlich mehr abrallt oh komm den holen wir oh verdammt nein ne echt oh verdammt man echt jetzt komm leck mir doch den arsch verdammte der wöre schießdreck dein ernst was lol lol ach du kv 85 hol in dir hol links 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 schieß links auf kv bist du blöd mann zu spät du könntest nach links zielen du idiot wieso zielst du auf den scheiß t 43 leck doch auf den scheiß drauf den mann du hättest noch nicht du hättest du hättest du hättest du hättest du hättest auch noch einen schuss für den kv 84 gebraucht mann also schießt sich auf den scheiß wichser mann du hättest du geschafft ich gekillt hat ne du hättest ihn auch killen können warte mal jetzt nimm dein t 34 nochmal ne das war's jetzt nicht dein ernst mit neuner du hast eine Achtung du hast eine Achtung stimmt D34 aber du mit einem neuner ja ich mit einem neuner ja normalerweise nämlich immer 10er und du 8er das geht ja noch ja wieso das geht ja noch 10er und 8er und 10er nicht wie 1 und 10er aber 8er und 9er geht ja auch hallo wir sind noch besser ja ja wir kommen sowieso in 10er als auf dem her ja wobei wenn ich 10er nehme bist du meistens der einzige 8er ne doch ab und zu schon können wir ja nachher mal ausprobieren ne boah alter Sprite da kriegt man immer nen Rülpsanfall na schon 30 minuten nur um 5,6 GB ich freu mich schon wieder aufs hochladen ja ich nicht weil ich hab nämlich schon gut um die 60 wahrscheinlich niemals weil bisher verbrauchst du so viel du nimmst ja nicht viel ne du nimmst nicht 4k auf doch in eigentlich schon die indirekt du hast Full HD nimmst du auf eben aber ich hab trotzdem noch so viel Gigabyte durch die durch die weise ihr ich schlag mal Gold Gold ja da mache ich 700 damage aber auch viel viel mehr Durchschlag und normal mache ich auch 700 mit HE mache ich 910 910 910 mache ich mit äh ich mache mehr damage aber sonst nicht mehr ja doch Durchschlag hast du auch viel mehr mit Gold Durchschlag nicht doch viel viel mehr ne ich will nur erzielen Durchschlag hast du viel mehr mit Gold das Gold ja aber du hast immer 400 Stand 297 Durchschlag und das andere hat 250 oder so mehr ne also Gold hat 50.000 mal mehr Gold hat 50.000 mal mehr dafür wurde sie auch erfunden dann laden wir halt auch mal Gold ja bei mir braucht es das weil ich habe jetzt noch die schlechte Gang drauf und die hat nur 135 Durchschlag da kommt man nicht überall durch jetzt habe ich 250 und mit HE 250 Durchschlag und mit HE 86 ja 250 mit HE habe ich 60 Durchschlag und dann frag dich nachher mal habe ich ähm 310 Durchschlag habe ich später mit der Top Gun Ich habe 295 mit Gold Durchschlag nachher habe ich mit der Top Gun 310 und mit Gold dann habe ich auch irgendwie 390 oder so BAM weg ist er haha ich liebe das macht man immer so viel Damage ich liebe so Damage Kanonen haha macht Spaß so jetzt brauche ich dich als Testkaninchen du musst vorfahren und ich mach damage und du auch fahr vor dort wo der WZ 120 fährt vorfahren nicht in mich der blockiert den Weg nee so vorfahren ich will den T30 kaputt machen vor vor vorfahren du musst du fahr der einte brennt schon hat gebrannt oh man Achtung rechts D30 der macht BAM und dann bist du weg rechts das ist links wo du schaust du schaust links rechts ich drehe mich noch richtig rechts ist da keine Kette mehr jeeey Apraller den treffe ich nie oh doch und go zurück jopp ich möchte diesen Scheiss keine Ahnung wie viel mit 500 Damage da äh Schadenteil easy pressy schau mal kurz ob der T30 vorne ist äh Ah One Shot für mich ne scheiße ne 4 BAM ja ich hab ja gesagt ich mach damage 700 und jetzt hab ich bei ihm 600 Ding was gemacht und du machst 400 ja das ist ein One Shot der T34 da vorne ist auch ein One Shot mit 800 97 ja du machst halt viel weniger ich hab 1500 oh daneben geschossen scheiße daneben geschossen beim T34 ich hätte den gehabt ich bin nur für einen 10er One Shot bedingt für eine 10er Art die schon mal ja du bist auch schon für eine 5er Art den One Shot man mhm die machen schon so viel Damage ich will den 9er da oh man scheiß Wichser ich hab mich extra umgedreht ich brauch 50 Kilometer mal 50.000 mal länger wie er ne daneben geschossen echt jetzt immer wenn ich so geizig bin da hast du volles Rohr mit Gold ja boah Emerek alter hast du das gesehen Emerek BAM ganzer Bildschirm hab vibriert ha 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 Show must go on Ahtung Tiger 2 verpiss ich Livio fahr zurück 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 ich muss nur noch das ah man Emerek wie sag immer Emerek die scheiß Wichsers hörst du es BAM ich schätze mal der steht dahint oh ne ne es ist kein weißt du weißt du es 2 weißt du wst du wst du wst du es die die du wst du Untertitelung des ZDF, 2020